Hallo YouTube, wir sind ja wieder bei Let's Play Tech It mit unserer perfekten Waffe hier irgendwie, die einfach nur Geräusche macht. Ist doch cool, oder? So was sollte man immer bei sich haben. Das mache ich jetzt immer, wenn ich eine Katze mitnehme. He he. Achso, ne. Du sollst es wieder. Komm her. Oh Gott, ich werde ein bisschen zum Kind hier. Warum wächst da eigentlich noch was in dem... Achso, ich habe mir gerade gedacht, da kommt irgendwie eine horde Spinnen auf mich zu, oder so. So, ne, warte mal. Ich werde hier einfach mal... Äh, ne. Ganz kurz nachschauen. Von wegen, äh, Bloggern, was die so macht und ob die irgendeinen Nutzen hat, außer dem Geräusch. Oh, oh, oh. Ja, wie kommst denn du dir hier rein? Du, Lulatsch. Gibt's doch nicht. Wie kommt... Achso, okay. Und wie kommt der da rauf? Irgend gespawnt, oder was? Frechheit, sowas. Einfach nur frech. Ich komme nicht nur dazu, irgendwas nachzuschauen. Ne. Jetzt habe ich da schöne... In meiner schönen Wand habe ich jetzt... Weile. Ja, egal. So. Ah. Aha. Okay. Dö. Äh. Mhm. Ja. Hat das einen MC-Wert? Hm. Hm, 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 hm. Warte mal. Hö. Achso, das ist so eine Sammlung. Ah, Gott. So. Hm. Also, ich brauche einen Stick, einen Kaktus und eine Feder. Ich gehe erst mal schlafen. Ah, ich... Ah, hm. Am besten ziehen kann. Und wenn ich nicht zielen kann, dann... Denn wenn ich nicht zielen kann... Dann... Kann ich nicht zielen. So, haben wir hier irgendwo... Fee, 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 Fee... Fee... Deren... Nein, natürlich nicht. Okay. 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 Dann... Joa. Gehen wir einfach mal... Unseren Hühnern einen freundlichen Besuch abstatten. Für was hat mein Gehege eigentlich... Äh... Zauntüren, frage ich mich gerade. Zauntore. Ist doch irgendwie... Total sinnlos. Was denke ich mir bei sowas? Nee. Natürlich. Weiß ja jeder, dass ich da noch keinen Jetpack hatte. Okay, dann du auch noch. Massaker! Hühner-Massaker! Oh. Ich finde es wieder ein bisschen weniger geworden. Hm. Der Wind geht also in diese Richtung. Und da kam nichts raus. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Wir haben ja jetzt vorerst mal genug. Wir brauchen noch Kalkteen, fällt mir gerade mal auf. Nee. So. Nee. Ähm... Kalkteen, Kalkteen. Noch mal fünf... Pedal-Bow-Harr. Machen wir uns ein bisschen was davon. Und da raus damit. So, haben wir hier. Ähm... Das war noch von... Aha. Okay. Ich glaube, ich kapiere das Prinzip. Oder? Nein. Wahrscheinlich nicht. Ich kapiere das Prinzip nicht. Gut. Äh. Ich möchte jetzt zweimal gedrückt. Okay. Auf jeden Fall können wir mal irgendwo Sticks. Und dann habe ich eigentlich Sticks mit. Ja, habe ich. Brav. Das ist brav. So, wir machen uns hier nochmal Sticks. Tom, 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 tom. Ja, hörm. Mal ein paar Sticks. Können wir eigentlich gleich, wenn wir dabei sind. Auch einfach mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Und... 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 Oh... Auch egal. Irgendwie so viele Sticks. Und dann werden wir... Ähm... Hm... 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 Da, da, da... Da... Ein... Warum auch immer giftigen Tatpfeil machen. Oder 24. Anzug. Wie man es sieht. Eigentlich müsste ich den jetzt, äh, so werfen können. Pfiu! Ha! Ja, okay. Hat keine so guten Flugeigenschaften. Die haben doch eigentlich irgendwas gesagt von wegen... Hm. Ich hab jetzt nicht, dass... Auf der Seite stand auf jeden Fall irgendwas von wegen, äh... Äh... Jo. Ähm... Zehn Pfeile auf einmal weit gestreut. Sieht auch nett aus. Okay. Wurde einfach nur wirklich nicht geladen. Diesmal. Sonst zieht ja der Rand für mich immer so aus, als... Zum Beispiel... Vor allem dahinten... Als ob es einfach nur nicht geladen wäre. Sieht man ja. Dabei ist da wirklich sogar Nebel. Hab ich gerade mal vorhin rausgefunden. Ja. Was dann auch schon alles eigentlich... Äh... Nee, so. Okay, nochmal... Hm... 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 Oh... Nee, ich wollte eigentlich nur laden. Aber die war ja schon geladen. Lalalalalala... So lange wir mich hier in Ruhe lassen, ist es mir egal. Ja, ich will den Hater... Hey! Da gehen wir einfach mal ein bisschen... Darth Pfeil jahren. Ich frage mich, ob die Monster jetzt auch vergiftet sein können. Weil es ja hieß... Äh... Ach... Stimmt ja. Hier gibt es wieder so nette Frames. Möchte ich auch mal irgendwie... nachsehen, ob es da vielleicht schon irgendeine Lösung dafür gibt oder so. Ich habe jetzt gar nicht mehr dran gedacht, um ganz ehrlich zu sein. Ich... ne... Aber... werde ich mal machen, wenn ich den nicht wieder vergesse. Wovon ich mal einfach nicht ausgehe. Das ganze... Hm... Achso. Der ist wieder feindlich. Auf mich. Also den ist es... Wieso ist jetzt nichts mehr geladen? Ich habe doch mal gar nichts geschossen. Ja... Ist es vergiftet? Na... Lalalalalalalalala... Ha... Ist es vergiftet eigentlich? Das sieht irgendwie nicht so aus. Hm. Wie viele Schüsse brauche ich denn für den... Das ist glaube ich der dritte... Vierte... Fünfte... Sechste... Das siebte... Achte... Der neunte... Der zehnte... Der elfte... Sag mal, was... Ne... Der zwölfte... Dreizehnte... Vierzehnte... Der fünfzehnte... Der sechzehnte... Der siebzehnte... Der achtzehnte... Der neunzehnte... Wow! Nur ganze neunzehn Schüsse! Wow! Okay, nein... Einundzwanzig Schüsse... Ich habe mich um zwei verzählt... Wie auch immer ich das geschafft habe... Weil in Soulcent konnte man glaube ich nur von oben versinken... Ne, versinken gar nicht... Oh, 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 oh... Ganz ruhig... Ganz ruhig... Ganz ruhig... Ganz ruhig... Ho, ho, ho... Wow, wow, wow... Ich baue mir... Ich baue mir... Nein, nein... Ich baue mir ein Haus... Lalalalalala... Ha! Volles Cheating irgendwie aber... Ha! Wenn man es kann... Was, wenn du mir schweigen? Ha! Cheat back... Gut... Cheat back... Geht noch alles... Oh, 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 oh... Da sind sie! Ha, ha! Also die KI von denen... Haben es anscheinend nicht hochgeschraubt... Achso, für den braucht man generell ein bisschen mehr Schaden... Okay... Wollte ich jetzt eigentlich nicht aufheben... Aber ich wollte hier rauslegen... Danke... Weil dann nach einer Zeit wird es dann doch ein bisschen... Lästig, wenn man hier rumlegt... Den Spasmatiker... So, anscheinend muss man jedes Mal, wenn man in eine andere Welt geht... Wieder neu laden... Achso... Da ist unser Zauni... Der uns auch schon erfolgreich erschreckt hat... Warte mal... Da geht's noch rauf... Oha... Ha... 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 Warte mal die... Ich dachte, das ist schon... Die Version, in der die KI raufgeschraubt worden ist... Okay... Dann... Das ist vielleicht noch nicht ganz raufgeschraubt worden... Ha... 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 Ähm... Die ist nicht ganz so gut als Waffe geeignet... Diese... Blugun, wie sie ja so schön heißt... Ich lass ihn dann noch mal hier... Weil äh... Bringt ja gar nix... Ist schon ein bisschen enttäuschend, aber... Ähm... dann kann man das wieder reinpacken das nein weg da ich kaufe nichts ich will keine Kekse ich will keine Cookies was eigentlich dasselbe ist aber das wollte ich eigentlich auch nicht so dann das darin nein das sind nicht darin und darin warum auch immer und genau jetzt wollen wir kraften wir wurden hier nur so unhöflich unterbrochen auch gut einmal eigentlich können wir gleich den ganzen holzdeck mitnehmen da drin kann ich nicht verschwinden das heißt das ist vollkommen praktisch und wenn der alchemy weg mal weg ist dann man sieht ja auch drei covalent dass die aus wenn die wand um einen kohle hergestellt sind aber noch da drin in der truhe wollen wir wollen weil es ja nach farbe abgespeichert wird und es gibt auch dann noch mal das und einen diamanten mehr ist es nicht also im endeffekt brauchen wir wirklich nur effektiv einen diamanten und dann immer auf jeden fall bekommen auch vielleicht mal weil unten jetzt schon wieder einiges sein müsste warum ich jetzt hier ewig lauer kann ich habe das auf jeden fall ach egal dann haben wir halt ein bisschen mehr hier drin dann noch mal hier ist doch aber gleich in der zweiten auch noch ach so gefällt es mir besser nicht so gefällt es mir besser irgendwie falls mit alles so besser also naja eigentlich noch nicht so besser okay dann ich glaube ich schon wieder einfach irgendwas stock so noch mal noch mal die muskete dann das gibt bayernet da brauchen sich eine ja muskete dazu flinten steel und eisen ja okay dazu braucht man warum ist das so umständlich nicht einfach eisen irgendwie oder von mir aus zwei oder vier eisen oder naja egal so spart man halt emc denke ich mal aber das kann einem ja dann egal sein nach einer zeit das heißt wir bauen uns jetzt erstmal muskete aber erst in der nächsten folge einfach weil ich so böse bin und alles da und ich bis zum bis zum decke springen kann auch der einsame creepy auf jeden fall wir sehen uns in der nächsten folge wieder also da ciao